Ja. Ja. Alter. Bei dir nicht, oder was? Doch, also ich kann's nicht genau lesen. Wir haben auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel Geld. Würde ich auch sagen. Ja, das ist... ja. Was machen wir denn jetzt damit, mit dem ganzen Geld? Der hat nichts, ne? Keine Ahnung. Da wir generell keine Ausgaben mehr wirklich hatten, jetzt zuletzt. Ne, wenn doch keine wirklich mehr haben werden. Naja, eben. Also der Opa, der kommt jetzt quasi erst am nächsten Tag, gell? Ja. Okay. Ist das eigentlich unser aller Opa, oder ist das nur der Opa von dem halt einen von uns? Wirklich? Nach zwei Jahren stellst du dir diese Frage? Ja. Das ist nicht ein bisschen spät. Hermann, du hast dich um die Hühner gekümmert? Nein. Warum nicht? Ich bin dann überlegen, wie wir Geld ausgeben können. Wow. Hör auf. Nein. Doch. Nein. Doch. Was ist das mit was? Nein. Die wir um die Geld ausgeben. Ja. Nein. Nein. Ey. Fräulein. Ja, Fräulein, ey. Ich hab heute Post bekommen. Nein. Okay. Wie viel ist das mit dir. Ich hab heute Post bekommen. Ich hab heute Post bekommen. Ich hab heute Postprogramm Ich frag mich nur, von wem? Von Gus Und was will der Gus von dir? Nichts Ich weiß nicht mehr, aus welchem Film es ist Ich musste mich grad dran denken Gustav Gustav Ach, ist das nicht hier von Polyparade, oder? Genau, ja Musst du mich grad dran denken Ja, das passt schon irgendwie, ne? Das passt zu den beiden Typen Ja Gustav Gustav Ach ja Hast du schon mal um die, in die Hühner gekümmert, Emily? Ja Nein, sie ist noch busy am, äh, Geld ausgeben Sie ist noch busy am shoppen Quasi Wahrscheinlich steht sie gleich beim Zauberer Dann töd ich sie Mach's mal Dann aktivier ich meine, äh Battle Royale Mod, ja Und dann ist Sente Ist es normal, dass Pam erst um 10 Uhr an der Bushaltestattel ist? Nee, oder? Ja, ich, was? Dass Pam erst um 10 Uhr an der Bushaltestattel ist? Nee, oder? Normalerweise ist ja viel früher da Ja Ne gute Frage tatsächlich Ach, verdammt, warum hab ich die Pfannkuchen verkauft, scheiße Aber Emily kann mir ja mit ihrer wenigen Milch bestimmt ein Ei machen Oh nein Bitte? Weißt du, was sie hat? Ja, nein Klinge ich an euch Du hast ja jetzt nicht ernsthaft rote Eier reingetan, oder? Puh In die Schleimdinger? In die Kiste? Ja Nein, in die Schleimdinger Nicht in die Kiste Ich weiß gar nicht, ob ich ins Casino kann Weil ich wollte ganz gerne, wenn wir das Glücksspiel machen haben Ein bisschen spät, wa? Ja Aua Ich komm nicht ins Casino Naja, ich glaub ich auch Ich hab wohl ein paar gemacht Also ein paar Questdinger mit Mr.Key, aber Du musst auch 10, bitte Wir haben Geld verloren Du musst auch 10, bitte Die Folge Ja Psst Wo bist du hin? Da Ich kann dir den geschenken Mist Bau die mal ab Okay Warum? Danke Das ist deine Ja, danke Bitte Boah, doch Ich kann jetzt nicht sehen Ich weiß nicht, ob wir das alle drei können tatsächlich Nein Huch Oder auch nicht Was? Was, was, was? Ich dachte, ich kann ins Casino Ich wusste nicht, ob wir das alle drei können oder nicht Aber wenn ich reinlaufe Dann Wollte ich einfach wieder vor der Trappe Ich kann da nicht hin Okay Du armes verbranntes Segen Emily kauft irgendwas bei Krobus Oh, ein Kunde Willst du nicht was kaufen geht? Willst du nicht was kaufen geht? Du bist wie Astel-Träume da draußen Emily kauft irgendwas bei Krobus Eiu, eiu Ach, das ist Zepter bestimmt Nicht hier ernst Was denn? Was denn? Hallo? Was denn? Sonst geht's dir noch ganz knusper, oder? Was denn? Was denn, was denn? Ja, was denn? Ja Ja Ja, was denn? Frag dich mal, was denn hier? Ihr was denn? Ja, was? Ihr was denn? Ihr was denn? Warum hat mein Pferd schon wieder keinen Hut? Ah doch, hat's Mein Hut, der hat vier Ecken Drei Hat's nicht drei Guten Abend, Jasmin Du bist arsch spät dran, ey Wir sind Haben vor drei Stunden und fünf Minuten Sechs Minuten gestartet Also wir sind so gut wie am Ende Wir haben ein letzter Tag jetzt Also wenn der rum ist, ist Stardew Valley Erstmal vorbei Das kann ich Endlich Aber freut mich trotzdem, dass du so reingeschaut hast Durch Zufall gesehen, dass du streamst Liebelein, ich weiß aus Sicherheit keine, dass du meine Story anguckt hast auf Instagram Wo drin stand, wann wir streamen Hm Ich meine, aus sicherer Quelle Hm Hm Ganz ziemlich mal sehen, ne Aber wir spielen gleich noch eine Runde Stadt-Land-Bus Ja, nach einer kurzen Pause, bitte Okay, eine kurze Pause Fangen die Dinge automatisch an, ja, ne? Was? Wer hat das, was du mir gegeben hast? Jaja Ich bin alt, ja Zu alt Emily Ja Was hat sie getan? Geld auszugeben Ja Bei Der Abenteilgelde Nee, Schreinerladen The fuck, aus dem Schreinerladen Hä? Stimmt Ja Emily Ja Wenn ich gleich irgendwo auf meinem Gelände neues Haus finde, ne? Ich frag mich wo, weil so viel Platz ist sie überall nicht, ne? Ich guck schon Ich schmeiß sie runter, da kann sie nichts bauen Oder beziehungsweise uns beide Sollte Ewigkeiten, bis sie joinen kann und dann ist der Tag vorbei Ich wusste nicht, was sie gebaut hat Nichts hab ich gebaut Mhm Das ist Aus der zwei neuen Stelle Ja, aber Ja, aber die zwei neuen Stelle, die machen es ja auch nicht mehr Ja, richtig Ich bin Anni am Gucken gewesen, wollte raus, sehe ich dich streamst Was ist Anni? Du bist ja anscheinend erfolgreich rausgekommen, wenn du mir uns jetzt zuguckst Würde man behaupten Emily ist bei der Abenteuergilde raus Ich sehe genau, was du tust Ach, Anni Anni Achso, alles klar Juni ist wichtiger als ich, oder was? Oder als wir Das ist immer solche unangenehmen Fragen Die du mir stellen musst Und ich stelle gerne unangenehme Fragen Weißt du, ich wollte Emily eigentlich schon wieder was schenken Aber ich glaube, das baue ich jetzt wieder ab Was? Oh, voll schön Oh, völlig klar Hat sie jetzt nicht mehr verdient Haben wir es hier und ich eine mehr Ich bin ja jetzt da Ja, liebe Lern, wir spielen gerade den letzten Tag Danach machen wir eine Pause erstmal Und dann gucken wir, dass du entweder hast Statt an den Fluss streamen Oder aber einfach aufnehmen Aber wenn du mir erstmal aus meinem Haus klaust, Madame Hallo Ich Hops Jetzt hoffentlich Verpassen wir den Tag nicht Also den Opertag Hast du aufgemacht wieder? Noch nicht Ich hole mir erstmal ein Eigentum wieder Lassen Lassen So Jetzt wieder auf Das nächste Mal mache ich Nur mit Code Und dann klickt er nur mal Sell Nächstes Mal ist gut, ne? Wir haben schon 10 nach 8 Also nächstes Mal wird's nicht geben Zumindest Wir reden über Emily Vier Ingame-Stunden hat sie noch Ja, bist du erstmal gejoint? Das dauert ja Statt an den Fluss im Rezo und Ju-Style Ich habe keine Ahnung, was du mit meinst, Jasmin Oh nein Oh nein Oh, hab ich gesehen Echt? Hast du gesehen? Wir nicht Nee Tatsächlich nicht, nein Wir machen daraus einen besseren Style Wir machen unseren Style daraus Boah Ja, wird man ständig mit irgendwelchen Leuten verglichen Irgendwann ist doch mal gut, ne? Boah Ab ins Bett Uh, Opa Jetzt, als er sich jetzt schon im Bett ist So, ich muss jetzt noch meinen Katalog aufstellen Ach, den hattest du auch gekauft? Ja, klar Ja Äh, vor allem Hattest du nicht einen im Haus stehen? Nein Achso Hättest du Nein, oh Also ich nicht Hättest du aber auch den von Marcel holen können Weil Marcel brauchte nämlich nicht mehr Ja, richtig Ihr hattet den der ganze Zeit da rumstehen Weil ihr mir mal einen gegeben hattet Bevor ich die Mats hatte Ja, aber Warum angelst du immer noch? Ach Ich hab jetzt auch einen Hammer Nach dem Galaxy Hammer oder was? Ja Hm, ja, klar Was kostet die Welt, gell? Wir haben 45 Millionen Gold Was kostet die Welt, gell? Du beschwert dich über einen Galaxy Hammer für 75 Millionen Jetzt gibt es die Minus-Bewertungen vom Opa, ja? Smappi reagiert nicht mehr Jetzt reagiert es doch wieder Was denn jetzt? Pfff Ich dachte schon, was denn jetzt los, ey Also bei mir funktioniert auch alles Bei mir auch noch alles gut Ja, alles gut Smappi reagiert nicht mehr Jetzt hat er wieder reagiert Schön, dass du schon Textfeld hast Ich nicht Ja, vor allen Dingen Mein Opa ist wieder weg Ich sehe ihn jetzt nicht mehr Bei mir schwebt er gerade noch runter Da ist er Bei mir nicht Schwarzbildschirm Mein, mein, dear boy Ich bin kein Boy Ach, jetzt ist er wieder da Ja, Emily Dear boy, Emily It's been many years Jetzt schwebt er hier die ganze Zeit rum Ach, jetzt sagt er schon was Danke Die Zukunft von Winterhof liegt schon seit zwei Jahren in meinen Händen Wuch, what the fuck, warum bin ich jetzt in deinem Haus? Das frage ich mich auch Emily auch Wuch, what the fuck Ey Sorry Oh Gott, wie cool, dass hier alles aussieht Oh mein Gott Das ist doch ungewohnt Haut die erstmal auf meinen Boden, ey Nee, die hat da gegen deine Statue gehauen Wuch Wuch Wut the fuck Was denn jetzt? Achso Jetzt bekommen wir die Kerzchen Vier Vier Stück Beste Bewertung Dann mit auf zum Altar Los Ja, warte, warte Ich hab ein Diamant und zwei Goldbarren bekommen Emily Los geht's Aus meinem Start Kommst du jetzt bitte mal? Ja Warte Da Oh nein, hier komm ich nicht lang Okay Äh, äh, äh Cheetah Ach ja, stimmt Ja, und damit Huch Also wir kriegen alle eine Ja Ist ja krass Ja, und damit Äh Beendet sich dieses Projekt leider Das war's mit Stado Valley Nach Ich glaube Knapp 200 Lass mich nicht lügen Drei Stunden sind ungefähr so Bleibt ihr mal bei mir? Ja, schon, schon Ja Nach der Beleidigung auf jeden Fall Dankeschön Mit knapp 220 230 Folgen Stado Valley Ungefähr Ich weiß nicht, ab welcher Folge ich dazugekommen bin Aber erst ab da, wo es gut Pff Schwetzer Ja, ich danke euch beiden, dass ihr das mitgemacht habt Ja Gerne Ja Scheiße Und, äh, natürlich auch liebe Grüße an Lena Und vielen Dank an sich, dass sie eine Zeit lang mitgemacht hat Und, ja, danke schön fürs Zusehen Und wir verabschieden uns jetzt Was macht ihr zwei da? Das ist ich nicht Ist das irgendwie ein Ritual von euch beiden? So ein Balzritual oder so? Ja Soll ich gehen? Ja Okay Emily Ja, und damit Vielen Dank fürs Zusehen Wir verabschieden uns jetzt mal Entweder in die Pause Oder Hoch Oder, äh, ganz weg Mal schauen, mal schauen Ja, ciao Macht Spaß, gell? Ciao Ciao Warte mal Schön, dass deine Häuser noch voll geschneit sind Sehr schön Ich will jetzt auch Ja, lass mich Warte Wo hab ich's? Da hab ich's Ich kann das mit mehreren Orten Mit mehreren Orten Lustig Ja gut Ja gut Wir verabschieden uns jetzt mal Macht's gut Bis dahin Ciao Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.